Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial zum Thema DS-Core. In diesem Video führen wir Sie durch den Prozess, um einen DS-Core-Account anzulegen. DS-Core ist eine Cloud-Lösung für die Zahnmedizin, die Ihnen eine umfassende Patienten-Medien-Bibliothek bietet, in dem Sie alle Patienten-Falldaten von Ihren Densply Serona-Geräten sammelt. Es bietet auch Zugang zu anderen Densply Serona-Diensten, wie zum Beispiel unserem Geräteservice DS-Core Care und einem Design-Service DS-Core Create. Der erste Schritt besteht darin, in einem Webbrowser zu DS-Core.com zu gehen. Wir empfehlen, dass Sie während der Registrierung mit Ihrem Praxisnetzwerk verbunden sind, damit Sie sofort mit dem Anschließen Ihrer Geräte fortfahren können. Wenn nicht, können Sie dies jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt tun. Bei der erstmaligen Registrierung wählen wir die Option DS-Core-Account erstellen. Falls Ihre Praxis in den Vereinigten Staaten liegt, klicken Sie zunächst auf In den Vereinigten Staaten. Nachdem wir unsere E-Mail-Adresse eingegeben und ein Passwort definiert haben, akzeptieren wir die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und tippen anschließend auf Registrieren. Als nächstes wechseln wir zu unserem E-Mail-Account, um die angegebene E-Mail-Adresse zu verifizieren. Um unseren Account zu aktivieren, tippen wir auf den ersten Link und erhalten im Anschluss eine Bestätigung, dass der Prozess erfolgreich war. Hier tippen wir auf Continue und melden uns erstmalig an. Wir geben die zuvor festgelegten Login-Details ein und tippen auf Anmelden. Als erstes geben wir alle notwendigen Angaben zu unserer Praxis ein. Danach setzen wir drei Häkchen und stimmen damit den Nutzungsbedingungen des Praxis-Accounts zu, bestätigen, dass wir der Inhaber der Praxis sind oder zeichnungsberechtigt sind und sind damit einverstanden, dass wir neue Benutzer, die zu diesem Account eingeladen wurden, um ihre Einwilligung in der Nutzung zu Marketingzwecken bitten werden. Um fortzufahren, tippen wir auf Weiter. Hier wählen Sie zwischen zwei Service-Modellen aus. Falls Sie lediglich einen DS-Core-Account erstellen wollen, entscheiden Sie sich für die erste Option, DS-Core-Only. Bei dieser Variante handelt es sich um ein Abo ohne Equipment. Eine Beschreibung zu den drei verschiedenen Abonnements erhalten Sie darunter. Falls Sie DS-Core im Bundle mit PrimePrint-Solution oder PrimeScan-Connect-Solution gekauft haben, wählen Sie die zweite Option. Alle Abonnement-Optionen von DS-Core umfassen die Verbindung zu Ihrem Densply Serona-Gerät für den automatischen Upload von Falldaten, sodass Sie Ihre Patientenmedienbibliothek in der Cloud erstellen können. Sie können Patientenfalldaten unbegrenzt an Zahnärzte und Labore senden und Sie können auch so viele Benutzerkonten erstellen, wie Sie für Ihre Mitarbeiter benötigen. Es sind keine Softwarelizenzen erforderlich und Sie können DS-Core an jedem Arbeitsplatz in Ihrer Praxis, zu Hause oder von unterwegs aufrufen und verwenden. In unserem Fall wählen wir die zweite Option, DS-Core als Bundle. Hierbei handelt es sich um eine neue, umfassende, integrierte und leicht verständliche Service- und Supportlösung für Ihr Densply Serona Equipment. Sobald wir weitere Lösungen von Densply Serona in den Markt bringen, werden Sie diese in diesem Abschnitt vorfinden. Wir bestätigen unsere Wahl und suchen über das Dropdown-Menü unseren Handelspartner aus, bei dem wir die Solution bestellt haben. Im Anschluss können Sie zwischen drei Abo-Modellen wählen. Beispielhaft selektieren wir das erste Abo, DS-Core Lite, und tippen danach auf Konfiguration bestätigen. Die Konfiguration des gewählten Service wird mit Ihrer gewünschten Zahlungsweise und anschließender Bestätigung abgeschlossen. An dieser Stelle können wir unsere Eingaben nochmals überprüfen und stimmen danach den DS-Core Care Nutzungsbedingungen zu. Durch Tippen auf Weiter kommen wir zum letzten Schritt, in dem Sie Teammitglieder hinzufügen können. Unter E-Mail-Adresse geben wir eine entsprechende E-Mail-Adresse ein und wählen darunter die Rolle des Teammitglieds aus. Nachdem wir auf Dem Team hinzufügen getippt haben, erscheint die Adresse und wir haben die Möglichkeit, weitere Teammitglieder einzuladen. Zuletzt schließen wir unsere Konfiguration ab. Jetzt befinden wir uns auf der Startseite unseres DS-Core-Accounts, welcher in drei Abschnitte unterteilt ist. Patienten, alle Aufträge und meine Freigaben. Um mit dem Aufbau Ihrer Patienten-Medienbibliothek zu beginnen, klicken Sie auf Ihre Patienten hochladen und folgen den Anweisungen. Weitere Video-Tutorials, die Sie durch den Prozess der Verbindung Ihrer Dance-Play-Serona-Geräte und mehr führen, finden Sie auf unserem Dance-Play-Serona-YouTube-Kanal. Um sich in Ihrem Account abzumelden, tippen wir auf die Schaltfläche oben rechts und erhalten neben der Abmelde-Funktion auch die Möglichkeit, das Profil und die Einstellung einzusehen bzw. zu modifizieren, das Passwort zu ändern, Informationen über DS-Core einzusehen als auch eine Anfrage an den DS-Core-Support zu senden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit DS-Core.